Nochmal zum rekapitulieren. Hier war nämlich was. So, das ist ja jetzt nicht mehr, denn jetzt ist es hier. Boah ey, ich hab's echt nicht gerochen, gell? Du riechst ja nicht. Das ist gesagt worden. Doch, riech mal. Nee, danke. Riecheln. Nee, nicht hier. Oh, hab ich jetzt reingegriffen? Oh, Alter. Nee, hab ich nicht. Gut. Lecker, schmecker. Also, das ist Straßenreinigung auf höchst Niveau. Wir machen das hier mal ein bisschen weg. Ey, ey, wenn das mal nicht wuchwürflich ein shitty Tutorial war. Reinigung. Hey, machen wir ein Tutorial, wie man seine Jacke von Scheiße reinigt. Oh, das riecht ja echt intensiv. Ey, ich seh's nicht. Mach das mal ab. Okay. Also, Leute, das ist ein shitty Tutorial von Herodes. Diesmal geht es darum, wie man Scheiße, wie man Scheiße von der Jacke wegbekommt, wenn man draußen ist. Aber der Clip an sich war doch noch nicht. Sehr geruchsintensiv. Das Wichtige ist, den Schnee zu nehmen und den gleichmäßig über die Scheiße zu reiben und dabei nicht in die Scheiße zu fassen. Ist das ekelzisch. So, wenn das dann so aussieht, dann macht man es richtig. Ging. So, und dann hat man hier schon mal erste Ergebnisse. Es ist nämlich schon was runtergerieselt. Und schön weiter. Sieht man das? Ja, schön weiter. Schön einmassieren. Und auch nicht sparsam sein. Man kann auch ruhig eine neue Handvoll Schnee nehmen. Ah, Mann, das geht doch nicht ab. Mach das mal weg. Ja, ich bin doch dabei. Das ist doch jetzt mein shitty Tutorial. Warte. So. Jetzt einfach eine neue, frische Schneerolle nehmen und einfach nochmal drüber. Geh mal weg. Na, ich war doch gerade ein Tutorial. Ah. Jetzt geh mal richtig. Hier sieht man schon, wie viel Kacke abgeprallt ist. Wow. Oh, Mann. Du schmierst es nur noch fest. Genau. Ich arbeite jetzt in die Materie hier ein. Ja, ey. Den Stoff. Das ist so übel. Ey, jetzt rieche ich es echt krass, ey. Ah, hier. Übelst runtergesprinklert. Ich sau. Runtergesprinklert. Ich sau. Oh, ich hab mich nicht durch Kacke gerollt. Das machen nur Säue. Oh, das riecht aber wirklich intensiver. Ich find's eigentlich gar nicht so schlimm. Sag jetzt mal, ob der Club an sich gut war oder ob ich das nochmal machen muss, weil es war noch nicht so krass, glaube ich. War, hat schön gescheppert auf jeden Fall.